Der Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen hat das Landgericht Hamburg gegen fast alle Täter Bewährungsstrafen verhängt. Nur der 21-jährige Haupttäter erhielt nach Erwachsenenstrafrecht vier Jahre Haft. Drei Mittäter zwischen 14 und 17 bekamen Bewährung. Alle vier hatten ein betrunkenes Mädchen im Februar missbraucht und in einem Hof liegen gelassen. Eine 15-Jährige, die alles filmte, bekam ein Jahr auf Bewährung.